Als Therapeut sollten Sie möglichst rückenschonend arbeiten können. Aus diesem Grund haben wir von Werfritz gemeinsam mit Ergotherapeuten eine einzigartige Reitsitzbank entwickelt. Zum einen ist der Sitzkomfort hervorragend. Die außenweiche Polsterung wird durch einen stabilen halbkreisförmigen Kern gestützt. So sinken Sie nicht zu tief in die Sitzfläche ein und das Becken kommt in eine Haltung, die eine aufrechte, gesunde Sitzposition unterstützt. Der Kunstlederbezug ist frei von schädlichen Weichmachern. Er ist in vielen Farben erhältlich, abwischbar und desinfizierbar. Was unsere Reitsitzbank so einzigartig macht, ist folgendes. Mittig angeordnet sind links und rechts, also komfortabel für den Therapeuten erreichbar, Hebel, um die Höhe vorne und hinten zu verstellen. Dies funktioniert stufenlos und ganz leicht dank Gasfederunterstützung. Das Ganze ähnlich wie bei einem Bürostuhl von 49 bis 63 Zentimeter Höhe. So sitzen Sie und Ihre Patienten angenehm und rückenschonend. Sie können die Reitsitzbank nämlich exakt einstellen, damit beide die richtige Sitzposition einnehmen können. Die Reitsitzbank ist flexibel einsetzbar, denn Sie können sie an den Rollen, die sich an einer Seite befinden, problemlos hin und her schieben. Sind alle vier Rollen fest auf dem Boden, dann ist auch die Reitsitzbank fest und kann daher nicht mehr bewegt werden. Die Werfritz Reitsitzbank ist ein unverzichtbares praktisches Sitzmöbel und außerdem natürlich made in Germany. Reitsitzbank 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 Untertitelung des ZDF, 2020